Herr Jesus, ich erkenne dich als meinen Meister und Herren an und ich glaube, dass jeden Tropfen deines kostbaren Blutes, den du vergossen hast, dafür vergossen hast, um mich und meine Familie zu erlösen, um uns vom Satan, der Sünde und jeglicher Versklavung und Bindung freizumachen. Jesus, mit tiefem Glauben bitte ich dich, dass dein Blut diesen Ort bedeckt, jeden von uns und all unseren Besitz, den du uns gegeben hast. Herr Jesus, wasche mich, meine Familie, meine Nächsten und diejenigen, für die ich immer bete, mit deinem kostbaren Blut. Bedecke mich von Kopf bis Fuß. Ich bitte dich um absoluten Schutz für mein Leben und für das meiner Familie. Herr Jesus, bewahre uns heute vor dem Bösen, vor Angriffen und Kummer und Versuchungen seitens des Satans. Bewahre uns vor Furcht vor dem Bösen, vor Menschen, Krankheiten, Verzweiflung, Argwohnung, Unglück und allem, was nicht zu deinem Königreich gehört. Erfülle uns, Herr Jesus, mit deinem Heiligen Geist und beschenke uns mit den Gaben der Weisheit, Erkenntnis, des Glaubens und des Verstandes und Unterscheidung der Geister, sodass wir heute in deiner Glorie leben, indem wir alles erfüllen, was gut ist. Ich lobe dich, Jesus, ich danke dir, Jesus, ich liebe dich, Jesus, ich preise dich, Jesus. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Heiliger Erzengel Michael, bitte für uns, setzen wir uns. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Meine Lieben, es ist immer wieder wundervoll, hier zu sein, auch wenn es nur vor einem Tag ist oder eineinhalb. Letztes Jahr konnte ich nicht zu euch kommen, weil ich operiert wurde und mir der Arzt verboten hat, zu fliegen. Heute bin ich da und wie es schon der Pater angemerkt hat, nicht in bester Form, doch es ist immer so, wenn ich über bestimmte Themen sprechen soll, dass es mir nicht gut geht. Doch wisst ihr, was mich mobilisiert hat? Die Worte unseres Papstes. Denn ich saß heute auf meiner bequemen Couch und dachte, ach, ruf doch an und sag die Konferenz ab. Es ist doch nur ein Anruf und die kommen schon irgendwie auch ohne mich zurecht. Es wird auch ohne mich kein Problem sein. Doch dann sagte ich, nein, du bleibst nicht hier sitzen. Du musst aufstehen. Die Zähne zusammenbeißen und fahren. Das Thema, welches ich ansprechen möchte, ist sehr, sehr aktuell. Meine Lieben, ich bekomme hunderte Mails von Menschen aus der ganzen Welt, unglaubliche Bekehrungen und ich könnte stundenlang Zeugnisse von Menschen vorlesen, die irgendwann irgendetwas, irgendein Wort berührt hat, welches aufgenommen wurde während meiner Konferenzen. E-Mails aus der ganzen Welt erreichen mich und das ist wunderschön. Ich weiß, dass manche kommentieren und sagen, dass Paterglas ein Verrückter ist, der überall Dunkelheit und den Satan sieht und in der Finsternis schwelgt. Solche Angriffe gibt es und ich kann nichts dagegen tun. Und wie ich sagte, man kann auf der Couch liegen und nichts tun und sie finden dennoch etwas, was ihnen an die nicht passt. Deshalb, das, was ich sagen werde, ist weder das Vertiefen in die Finsternis noch die Faszination für das Böse oder den Satan. Ich bin glücklicherweise ganz weit davon entfernt und ich habe nicht vor, mich damit zu faszinieren. Doch ich hoffe, dass ich euch solides Wissen übermitteln kann. Heute ist es nämlich sehr, sehr wichtig, ein Wissen über dieses Thema zu haben. Wir können sagen, Jesus liebt dich, schaue auf Jesus, Jesus liebt dich, super, wir können Halleluja singen, klatschen. Ich war auf solchen Treffen. Man kann Evangelisationsveranstaltungen besuchen und das ist gut. Ich bin selbst früher dort gewesen. Doch man muss ebenso ein Wissen haben, sowohl ein religiöses Wissen und nicht nur sagen, Jesus liebt dich, Jesus ist barmherzig. Das ist auch eine Wahrheit. Tja, aber man muss wissen, wen ich liebe, denjenigen kennen, den ich liebe und wissen, was diese Person sagt. Derjenige liebt mich, der meine Gebote hält. Das heißt, der mich kennt. Nicht nur die zehn Gebote, sondern alles das, was Jesus im Evangelium lehrt. Doch man muss ebenso den Feind kennen. Nicht sich von ihm faszinieren, aber ihn kennen. Den realen Feind, der ist und existiert. Und ich sage euch eins, Satan macht keine Ferien. Er ist nicht im Urlaub. Er wirkt die ganze Zeit, weil er weiß, dass er sehr, sehr wenig Zeit hat. Deshalb ist das Wissen sehr wichtig. Stellt euch einen Arzt vor. Mal angenommen, du bist ein Arzt. Ein Patient kommt zu dir und sagt, ich habe Probleme mit meiner Gesundheit. Und du sagst zu ihm, ach mein Lieber, ich liebe dich, ich umgebe dich mit meiner Liebe. Dann würde der Patient fragen, ob du noch ganz bei Sinnen bist. Er würde sagen, untersuchen Sie mich. Sie haben doch ein Wissen über Gesundheitsfragen. Ich finde es toll, dass Sie so freundlich und zuvorkommen sind und mich lieben. Aber versteht ihr? Und genau so ist es auch in dem geistigen Bereich. Umhüllen wir die Leute mit Liebe. Lieben wir diejenigen, die zu uns kommen und verurteilen wir niemanden. Doch wir brauchen ebenso ein Wissen darüber, welche Strategien es im geistigen Leben gibt. Wie man im geistigen Leben nicht nur um seine Seele kämpft. Und heute, wie ich es so häufig gesagt habe, geht es aufs Ganze. Ich möchte zunächst Pater Pschemiswav Savet zitieren. Einen wunderbaren Priester, der Doktor der dogmatischen Theologie ist. Exerzitienhalter und Exorzist, welcher über geistige Gefahren schreibt. Es gibt geistige Gefahren und glaubt nicht, dass es sie nicht gibt. Jesus sagte doch selbst, wachet und betet, dass ihr nicht der Versuchung erliegt. Der Teufel geht wie ein brüllender Löwe umher, steht in der Heiligen Schrift. Seid wachsam. Er geht umher und sucht, wen er verschlingen kann. Das sind reale Warnungen. Die Tatsache, dass ich getauft bin, dass ich gläubig bin, ja, dass ich Priester bin, bedeutet nicht, dass ich durchhalte. Es ist von morgens bis abends mein geistiger Kampf, das Kennenlernen und Liebenlernen von Gott und seiner Güte und gleichzeitig erkennen, dass es dann noch jemand anderen gibt, der alles dafür tun wird, um mich fertig zu machen. Und so fallen die Menschen. Pater Pschemiswav schreibt folgendes in dem Buch Geistige Gefahren, Grundlagen des christlichen Kampfes und die Vorbereitung für das Befreiungsgebet. Das heißt, es gibt geistige Gefahren und alle nüchternen Priester, die sich auf dieser Ebene orientieren, schreiben darüber. Er tut es hier ganz deutlich, doch um das alles zu lesen, fehlt uns die Zeit. Doch er schreibt unter anderem Folgendes. Sünden, Abhängigkeiten und verschiedene Praktiken öffnen den Menschen für den Einfluss böser Geister, des Satans und Dämonen, wie auch immer ihr es nennt. Einfallstore, Abwege, ganz egal, wie man es nennt. Und Pater Sava schreibt zusätzlich von Sünden, Abhängigkeiten und verschiedenen Praktiken. Das heißt, dass es real ist, dass ich mich auf den Einfluss des Bösen öffnen kann. Kann, muss aber nicht. Manchmal öffnen sich die Menschen ganz langsam für das Böse. Manchmal aus Unwissenheit oder Dummheit. Manchmal durch unsere verschiedenen Verletzungen. Es gibt also so eine Ebene. Süchte und verschiedene Praktiken, die ich tue. Dies geht bei dem heutigen Menschen damit einher, dass ihm das Wissen bezüglich geistiger Gefahren und Gebundenheiten fehlt. Bitteschön, das sagt nicht Pater Glas, dem man immer nur Schwarzmalerei vorwirft. Ich bin auch nicht der Papst und habe auch eine solche Weisheit nicht. Selbst der Papst muss sie nicht haben, denn auch er ist nur ein Mensch. Pater Sava schreibt weiter, man braucht ein Basiswissen, um die Vorsicht zu bewahren, damit ich nicht in Dinge eintauche, von denen ich mich fernhalten soll. Deswegen ist das sehr, sehr wichtig. Jesus Christus ist der Herr, der das Böse überwunden hat. Und wenn du in Gemeinschaft mit ihm bist, siegst du. So schreibt Pater Sava. Jesus Christus hat das Böse überwunden. Das Böse wurde nicht komplett besiegt, denn wenn es so wäre, so würden wir nicht über Satanversuchungen, die Sünde und all diese Dinge sprechen. Satan weiß, dass er verloren hat, aber er wurde noch nicht gänzlich besiegt. Sein Ende ist sicher und wir wissen, wie es aussehen wird, dass seine Herrschaft ein Ende haben wird. Und aus irgendeinem unbekannten Grund lässt Gott zu, dass wir ihn manchmal erfahren. Oder wir begehen selbst ein Territorium, welches wir nicht betreten sollten. Satan hat überhaupt keine Macht, aber er tut so, als ob er Macht hätte. Und wenn wir sein Territorium betreten und wenn wir den bösen Hund reizen, so wird er uns beißen. Und das sind die Regeln des Kampfes. Und heutzutage gibt es ein Wort, welches sehr, sehr wichtig ist. Und das Wort heißt Wahl. Meine Wahl. Meine Entscheidung. Was wähle ich? Es gäbe keine Erlösung, wenn ich nicht wählen könnte. Ich muss wählen. Jesus will niemanden mit Gewalt erlösen. Wenn du willst, dann wirst du erlöst. Heute gibt es die große Heresie der allgemeinen Erlösung. Und es ist traurig, wenn man sich verschiedene Prediger im Internet, auf YouTube oder im TV anhört, die meinen, ich denke, alle werden erlöst werden. Macht euch keine Sorgen. Da fällt mir nichts mehr zu ein. Vor allem im Westen erzählt man den Menschen, Gott liebt dich so sehr, du wirst ganz sicher erlöst werden. Das ist gegen die Heilige Schrift und gegen den Glauben unserer Kirche. Entgegen allem, doch so spricht man heute, du wirst ganz sicher erlöst. Die Barmherzigkeit ist so groß, dass ganz bestimmt alle erlöst werden. Lesen wir genau das Tagebuch von Schwester Faustina. Es ist die Zeit der Barmherzigkeit, der Bekehrung und der Entscheidung. Doch wenn der Mensch dauernd die Barmherzigkeit ablehnt, so wird Gott keine andere Wahl haben und wir verdammen uns selbst. Daran muss man denken. Das Wort Entscheidung. Du musst dich entscheiden, wenn du 15 bist, wenn du 12 bist, wenn du 30 bist, wenn du 50 bist. Kontinuierlich müssen wir uns entscheiden. Die Mehrheit der Menschen, mit denen ich zu tun hatte, waren Menschen, die fatale Entscheidungen in ihrem Leben getroffen haben. Deshalb ist geschehen, was geschehen ist. Einer der größten Dämonen, die in der heutigen Zeit wirken, ist der Dämon der Illusion. Alles ist Illusion. Alles ist irgendwie verwaschen und er versucht uns zu verblenden. Wir leben in einer virtuellen Welt. Einerseits existiert diese Welt und ist real, denn wir können Menschen verletzen, aber auch Gutes tun und evangelisieren. Und andererseits ist es keine reale Welt und der Dämon nutzt diese Ebene aus. Und ich bin heute hierher gekommen, um euch davon zu erzählen. Bisher war es nur eine kleine Einleitung. Es ist heute sehr wichtig, eben diese Entscheidung zu treffen. Rechts oder links. Es gibt keine goldene Mitte. Es gibt keine Grauzone. Was möchte Satan? Dass wir so lange, wir können, in der Grauzone bleiben. Und dort verbleibend schwächen wir uns sehr. Schaut, was das Magisterium der Kirche dazu sagt. Das sind nicht meine Worte. Das ist die Lehre der Kirche, der wir angehören. Ich lese es euch vor. Heutzutage spricht man nicht mehr darüber, sondern verwäscht das alles. Und Pater Glas wirft man vor, dass er zu sehr in eine bestimmte Richtung geht. Hört nicht auf ihn. Kein Problem. Mir geht es nicht um Ruhm. Und ich strebe nicht danach. Doch ich habe die Pflicht, die Wahrheit zu sagen. Was sagte die Kirche im Jahre 440 im Magisterium der Kirche im Indikulus über die Gnade Gottes? Selbst derjenige, der durch die Gnade der Taufe erneuert wurde, ist nicht imstande, sich von den Schlingen des Satans zu befreien. Jemand hat mich mal angegriffen und sagte, Pater, ich bin doch getauft. Ich habe doch keine Sünden. Wie können Sie von Besessenheit und Umsessenheit und Bindungen reden? Bitte schön. Selbst die Kirche spricht darüber. Selbst derjenige, der durch die Gnade der Taufe erneuert wurde, ist nicht imstande, sich von den Schlingen des Satans zu befreien. Nur um es nochmal zu erwähnen, das sagte die Kirche schon 440. Der Erlass des Cäsars Justinian an den Patriarchen Männers von Konstantinopel veröffentlicht auf der Synode im Jahre 543. Wenn jemand behauptet oder daran festhält, dass Christus, der Herr, in der zukünftigen Zeit ebenso für die Dämonen gekreuzigt wird, der sei verflucht. Wenn jemand behauptet oder daran festhält, dass die Strafe der Dämonen, so wie die Strafe von gottlosen Menschen eine zeitlich begrenzte sein wird und sie nach einer bestimmten Zeit beendet sein wird und die Dämonen und gottlosen Menschen erneuert werden, der sei verflucht. Das wollte ich euch einfach mitteilen. Wenn euch jemand sagt, und ich hörte schon Aussagen wie, die Hölle gibt es nicht, sie ist leer, niemand geht dorthin, dort werden Exerzitien abgehalten, dass die Dämonen auch erlöst werden. All diese Aussagen habe ich gehört. Und es ist ein Drama, denn es ist eine Lehre entgegen der Lehre der Kirche. Die ganze Menschheitsgeschichte ist begleitet von einem harten Kampf gegen die finsteren Mächte. Der Mensch, von Gott geschaffen, missbraucht seine Freiheit und wendet er sich gegen Gott. Alles, was ich bisher gesagt habe und was auch andere gute Priester und Exerzitienmeister sagen, ist Realität. Und glaubt nicht, dass das alles verwaschen ist und die Spinnerei von irgendwelchen Leuten, die fasziniert von der Dunkelheit und dem Bösen sind. Denn das ist nicht die Wahrheit. Es stimmt einfach nicht. Ich bin hier, um die Menschen zu warnen. Euch, die ihr hier sitzt, die Leute, die diesen Vortrag vielleicht irgendwann mal hören werden. Gott wirkt auf unglaubliche Weise. Das sind Dinge, über die man normalerweise in der Kirche nicht spricht, nicht in den Predigten spricht, denn es gibt gar keine Chance, darüber zu reden, wenn man nur zehn Minuten Zeit für eine Predigt hat. In Katechesen spricht man auch nicht darüber, sonst heißt es, dass der Pfarrer den Kindern Angst macht und dass man das nicht wünscht. Doch die Ebene des Internets können wir nutzen, um den Menschen darüber zu berichten und vor allem euch die Augen zu öffnen. Was hat sich geändert? Gott ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Das Böse ebenso und die Welt genauso. Wisst ihr, was sich verändert hat? Wir haben uns verändert. Unsere Mentalität verändert sich unglaublich. Die Welt schreitet so voran. Früher sagte man, dass sich die Welt alle fünf Jahre ändert oder jedes Jahr. Doch heute verändert sich die Welt monatlich. Und ich spreche nicht über Geopolitik. Schaut euch mal Europa vor einem Jahr an und schaut euch an, was heute los ist. Schaut mal, was man vor einem Jahr noch über dieses oder jenes Thema sagen durfte und heute darf man es nicht mehr. Das wäre politisch nicht korrekt, xenophob oder sonst irgendetwas. Deshalb beobachtet, was geschieht. Eure Generation ist schon anders, wie die, die fünf Jahre jünger sind wie ihr. Die Leute, die fünf Jahre älter sind als ihr, haben schon eine andere Mentalität. Es ist erschreckend, wie schnell wir uns verändern. Doch unter welchem Einfluss geschieht das? Unter dem Einfluss der Medien. Sie formen uns, wie sie es wollen. Wisst ihr, was ich beobachtet habe? Ich war zwei Monate in den USA. Bei uns in England ist es dasselbe. Und auch hier ist es so. Mir ist aufgefallen, dass die jungen Leute heutzutage kein Fernsehen mehr schauen. Dass das Fernsehen kein Guru mehr ist. Nicht einmal Filme. Der heutige Guru ist das Internet. Wenn ich zu den jungen Menschen gehe und eine Frage habe, dann sagen sie, ich schaue es gleich auf YouTube nach oder ich google es eben. Und schon haben sie es. Das ist die Google und YouTube Generation. So ist das in der Regel. Später werde ich noch auf Smartphones zurückkommen und wie abhängig wir davon sind. Wir verändern uns. Und ob die Kirche hinterherkommt? Manchmal ja, manchmal nein. Besser ist es, dem den Rücken zu kehren und dieses Thema sein lassen. Viele Priester haben keine Ahnung davon, wie das ganze Internet funktioniert, außer auf dieser oberflächlichen Ebene und was dahinter steckt. Ich wundere mich nicht, denn ich hatte früher selbst keine Ahnung. Und viele Menschen ignorieren es einfach und tappen in die Falle. Doch wer ignoriert es nicht? Satan. Er weiß genau, wie er uns ausnutzen kann und die Situation missbrauchen kann. Er ist immer up to date, was diese Sachen angeht und wir hinken immer hinterher. Sicher kann man mich für verrückt erklären, weil ich früher über Tattoos gesprochen habe. Kein Problem. Nur, jetzt stelle ich die Frage, wenn ich falsch liege, was Tattoos angeht, und viele meiner bekannten Priester und Kollegen sehen es genauso, wenn du dir also kein Tattoo stechen lässt, was hast du dann dabei verloren oder verpasst? Wenn ich aber richtig liege und jemand sagt dir, mach dir doch ein Tattoo, lass dir eine Mutter Gottes stechen und diese Person täuscht sich, dann hat sie dich auf dem Gewissen. Ich könnte keine Nacht durchschlafen, wenn ich so etwas behauptet hätte und gesagt hätte, hört zu, macht, was ihr wollt, das ist bestimmt nicht so schlimm. In Krakau ist ein Tätowierer, bei dem man drei Jahre warten muss, um sich ein Tattoo stechen zu lassen. In England sind die Studios Wochen im Voraus ausgebucht. In den USA hat man mir ein Tattoo-Studio gezeigt und als ich die Leute gesehen habe, die die Tattoos stechen, das macht kein Arzt oder eine nette Krankenschwester, mir ist übel geworden, als ich das gesehen habe. Man sagt, es gibt gute und schlechte Tattoos. Ich möchte dieses Thema nicht vertiefen, aber ich sage euch, und dafür gibt es kein offizielles Dokument der Kirche, niemand lehrt das offiziell, aber wer hat die Leute auf dem Gewissen, die sich zu Hunderttausenden von Kopf bis Fuß bei einem kleinen Tattoo beginnend zutätowieren. Manchmal beginnt es mit einer kleinen Schlange, manchmal mit einem Rosenkranz. Doch darum geht es nicht, sondern dass wir mit dem, was auf der Welt abgeht, nicht mehr hinterherkommen. Wir müssen stets auf der Hut sein. Satan macht keine Ferien. Und wir verlieren fantastische Leute. Leute, die getauft und gefirmt sind. Vielleicht sogar auf Weltjugendtage gefahren sind und auf einmal geschehen komische Dinge mit diesen Leuten. Ich war 2008 in Sydney und hatte eine große Gruppe aus meiner Pfarrei dabei. Wisst ihr, als wir voller Enthusiasmus aus Sydney zurückgekommen sind, und flachte das alles nach wenigen Monaten so ab, dass fast nichts mehr von dieser Gruppe übrig geblieben ist. Manche leben zusammen und sind nicht einmal verheiratet. Und ich sage zu ihnen, wir waren doch gemeinsam auf der Pilgerreise und sie sagen, ja, ja, Pater, das ist schon lange her. Ich sage es euch nicht, weil ich so fasziniert vom Bösen bin, sondern um euch zu zeigen, welche Kräfte im Hintergrund wirken. Und die Aussage, mach dir keine Sorgen, lass uns im Licht leben. Die Aussage ist wahr, wir müssen nonstop im Licht leben. Ich muss nonstop vor Jesus sein. Aber ich kann nicht behaupten, dass die Dunkelheit nicht existiert, denn in diesem Moment beginne ich den Kampf zu verlieren. Dafür hat mir Jesus den Verstand und ein Gewissen gegeben. Ebenso das Wissen und Menschen, die ich treffe, um von ihnen zu lernen und nicht auf den Ewig zu geraten. Und nicht, um zu sagen, wir leben halt in katastrophalen Zeiten. Nein, wir sollen mit Jesus leben und schnell reagieren. Was hat sich verändert? Die Leute haben früher gesündigt und heute sündigen sie auch, meine Lieben. Als früher ein König gesündigt hat, stiftete er ein Kloster, bekehrte sich, streute Asche über sein Haupt und so war es. Heute würde man sagen, dass wir einen an der Waffel haben, wenn wir sagen würden, dass ein Politiker, der gesündigt hat, sich Asche über sein Haupt streuen soll. Was hat sich geändert? Haben sich die Leute geändert? Die Mentalität ja. Haben sich die Sünden geändert? Sie sind, wie sie waren. Die Technik hat sich geändert und die Werkzeuge, um uns auf den falschen Weg zu führen. Wer hätte noch vor 50 Jahren gedacht, dass du in deinem Zimmerchen sitzen wirst und dir die heftigsten Pornos reinziehen wirst, alle Seiten und Sexshops aus der ganzen Welt mit einem Klick verfügbar sind. Wer hätte das gedacht? Ich bin dankbar, dass es nicht zu meiner Zeit war, als ich 16 war und meine Hormone mit mir durchgedreht sind, so würde ich auch ganz sicher in meinem Zimmerchen sitzen und mir was anschauen, ganz bestimmt, weil wir so schwach sind. Und wenn mich niemand gewarnt hätte, wäre ich womöglich süchtig geworden. Wir wissen genau, womit es verbunden ist und so hätte ich mir mein ganzes Leben kaputt gemacht. Die Werkzeuge ändern sich. Satan ändert seine Werkzeuge. Gott ist der Gleiche. Die Welt ist die Gleiche. Die gleichen Sünden wirken in uns. Die gleiche Natur. Die gleichen Schwächen. Aber die Werkzeuge ändern sich. Ja, sogar die Betrachtungsweise auf das Böse ändert sich. Und die Leute sagen, Pater, wir sind im 21. Jahrhundert. Worum geht es Ihnen denn? Um Himmels Willen. Was ist daran so schlimm, dass Sie da mit Ihrem Freund wohnt? Sollen Sie sich doch ausprobieren? Und nur weil er masturbiert, alle masturbieren. Masturbieren Sie etwa nicht, Pater? Solche Gespräche habe ich geführt. Solche Fragen stellt man sich heute. Ich möchte euch nur etwas vorlesen. Von Jan Vianney, ein Prediger und Schutzpatron von Priestern. Ich habe eine seiner Predigten gefunden und möchte euch zeigen, wie sich die Welt verändert. Und jetzt stellt euch vor, was man heutzutage mit mir machen würde, wenn ich so eine Predigt offiziell gehalten hätte. Was vielleicht sogar ihr mit mir machen würdet. Hört gut zu. Es folgen nun Fragmente aus der Predigt des Pfarrers von Aas. Sowohl Balls als auch Tanzveranstaltungen sind unter dem Aspekt des Bösen sehr gefährlich. Mindestens drei Viertel der Menschen kommt aus diesem Grund in die Hände des unreinen Geistes. Ich muss es euch nicht beweisen, denn ihr wisst es aus eurer eigenen Erfahrung, wie viele schlechte Gedanken und schmutzigen Begehrden und unmoralische List wird durch Tanzabende verursacht. Ich sage nur so viel, dass jeder sich vor Gott verantworten werden muss. Warum verlieren sich so viele Menschen? Warum empfangen sie die Sakramente nicht? Warum vernachlässigen sie das Gebet? Der Grund dafür sind Tanzveranstaltungen und Feierlichkeiten, die sich in die späte Nacht ziehen. Wie viele Mädchen haben ihren guten Ruf dadurch verloren? Ich frage euch nur eine Sache. Würdet ihr gern unmittelbar nach einem Tanzabend sterben wollen? Sicher nicht. Und ihr gebt es doch auch selbst zu, dass sinnloses Feiern etwas Schlechtes ist und man es beichten muss. Zur Zeit des heiligen Karl Borromeos wurde Menschen, die einen ausschweifenden Lebensstil geführt haben, eine raue Buße aufgelegt und manchmal exkommunizierte man sie. In der Stunde des Todes werdet ihr euch von dem, was ich sage, überzeugen. Doch für viele wird es keine Zeit mehr geben, sich zu bessern. Nur ein Blinder kann behaupten, dass ihm beim Tanzen keine Gefahr droht. Wenn es doch so sein sollte, warum haben dann Menschen, die den Himmel erreichen wollten, so sorgfältig darauf geachtet, Tanzabende zu meiden? Und warum haben sie so sehr die Verrücktheiten der Jugend bereut? Wir können uns jetzt noch etwas vormachen. Doch es wird der Tag kommen, da fallen uns die Schuppen von den Augen. Der Tag, an dem alle Ausreden nicht mehr gelten. An diesem Tag werden wir mit anderen Augen auf die Welt schauen. Es gibt nicht ein einziges Gebot, welches man durch die Tanzabende nicht bricht. In Wahrheit erklären sich die Mütter, dass sie über ihre Töchter wachen. Ja, ihr wacht über ihre Kleidung, doch ihr wacht nicht über ihre Herzen. Geht, ihr verdammten Väter und Mütter, geht zur Hölle, wo euch der Zorn Gottes erwartet. Geht, denn schon in Kürze werden euch eure Kinder folgen, welchen ihr den Weg dorthin gewiesen habt. Überzeugt euch davon, ob euer Hirte euch zu Recht diese höllischen Feiern verboten hatte. Mein Gott, wie kann man nur so verblendet sein, dass man davon ausgeht, dass es nichts Schlechtes beim Tanzen geben kann. Der Tanzumzug ist doch ein Seil, mit dem Satan die Seelen in die Hölle zieht. Und jetzt stellt euch vor, jemand würde heute so eine Predigt veröffentlichen. So jemanden hätte man fertig gemacht. Wenn ich es gesagt hätte, würde man mich für komplett durchgeknallt erklären. Ich wollte euch diese Worte nur näher bringen, die Jan Vianney, der Pfarrer von Aas, gesagt hat. Was würde er wohl heute sagen, wenn er in unsere Zeit kommen könnte und sehen würde, was uns umgibt? Würde er wohl nur über das Tanzen reden? Wenn ich sagen würde, dass man durchs Tanzen in die Hölle kommen kann. Und das war nur ein Bruchteil seiner Predigt. Wenn ich das gesagt hätte, gäbe es einen Aufstand von der Regenbogenabteilung, welche versuchen würde, mich mundtot zu machen. Man würde mir vorwerfen, dass ich Heresien verbreite, dass ich dort den Teufel sehe. Nein. Ich sage nicht, dass der heilige Jan Vianney recht hat, aber scheinbar hat damals der Teufel diesen Weg genutzt, um die Menschen zu verleiten. Das war damals seine Taktik. Und heutzutage, ich möchte nicht vom Tanzen sprechen, aber davon, was freitags gemacht wird zum Beispiel. Wann gehen die meisten Menschen aus? Bei uns in England zumindest. Freitags. Nicht samstags. Wie das in Polen ist, weiß ich nicht. In England ist es Freitagabend und man sagt, Pater, nach der Arbeit und der Schule müssen wir uns doch, müssen wir doch mal abschalten. Schaut mal, wie ausgefeilt das alles ist. Am Freitag, welcher ein Bußtag und Fasttag ist, an dem wir dem Leiden Christi gedenken, an einem Tag, wo wir uns in irgendeiner Weise zurücknehmen sollten, gibt es die größten Partys und andere Dinge. Das ist ein Teil des Ganzen und ich möchte es nicht beurteilen, was der heilige Jan Vianney gesagt hat, aber ich wollte euch nur verbildlichen, wie sich die Welt in den letzten 150 Jahren verändert hat. Und heute nutzt Satan komplett andere Methoden. Er hat komplett andere Werkzeuge, die wir komplett ignorieren. Das, was im Moment passiert, ist erschreckend und ich sage nicht, dass wenn jemand diese oder jene Dinge nutzt, verdammt wird. Nein, absolut nicht. Aber wir öffnen uns für das Böse. Es reicht ein kleiner Bruch, ein kleiner Knick. Schaut, wenn das Cockpit eines Flugzeuges eine Beschädigung hat, darf es dann fliegen? Nein, es wird sofort aus dem Verkehr gezogen, sonst würde es in der Luft durch den Druck zerbersten. Und solche Unfälle gab es in der Geschichte. Und durch diese Dinge kommt es zu leichten Rissen und Brüchen, minimalen kleinen unschuldigen Rissen. Doch in einem bestimmten Moment wird es größer und der Teufel greift an. Abhängig von dir, deinen Entscheidungen, deinem geistigen Zustand. Wenn jemand in Sünde und Dunkelheit lebt, in Heuchelei gegenüber Gott und sich selbst, so wird so etwas schnell gehen. Wenn der Mensch jedoch kämpft, wenn er sich bemüht und sich ändern will und ich bekomme kapitale E-Mails von Menschen, die nach Jahren einen Kampf gegen die Sünde aufnehmen und dankend sagen, das hat mir die Augen geöffnet. Jetzt erst sehe ich, welchen Weg ich gehen muss und ich sage, geh, prüfe, wo die Risse in deinem Cockpit sind. Wo sind die Stellen, wo du verwundet bist, wo vielleicht jemand dich verwundet hat und erst nach einer genauen Analyse beginnen die Menschen wieder zu leben und Luft zu holen und beginnen wirklich, Jesus zu lieben und ihm nachzufolgen. in diesem ganzen Kampf des Kreuztragens. Doch es sind keine leeren Worte, so nach dem Motto, Jesus, ich liebe dich, Jesus, ich liebe dich, Küsschen, Küsschen, bla bla bla, Halleluja, sondern eine wirklich und echt innerliche Verwandlung, die in jedem von uns geschehen muss. Und jetzt noch vor der Pause möchte ich etwas mit euch besprechen, das sehr, sehr wichtig für mich ist. Wir leben in der Epoche des Internets. Niemand von uns kann sich ein Leben ohne Internet mehr vorstellen. Niemand. Alles würde kollabieren. Wir brauchen nicht einmal einen Krieg. Wenn das Internet ausgehen würde, könnten wir kein Sprit kaufen, kein Essen kaufen, nicht kommunizieren. Leben wäre quasi nicht möglich. Es würde ausreichen, die Handysatelliten außer Betrieb zu nehmen, dann wäre Ende. Die Welt würde stehen bleiben. Doch ich spreche gar nicht von einem wirtschaftlichen Zusammenbruch, sondern davon, wie abhängig wir sind. Wir haben keine Vorstellung davon, wie abhängig wir sind. Ich sage nicht, dass das Internet schlecht ist. Man spricht heute von Neuevangelisation. Wir suchen neue Methoden, um die Menschen zu erreichen. Diejenigen, die auf Weltjugendtage kommen oder täglich in die Heilige Messe gehen, das sind diejenigen, die im Glauben verwurzelt sind, die irgendeine Formation durchlebt haben. Doch wie soll man diese hunderte Millionen junger Menschen erreichen, die komplett verloren sind und rumirren? Das Internet ist eine fantastische Sache, doch ebenso eine unglaubliche geistige Gefahr. In dem Moment, wo wir eine Grenze überschreiten, glaubt es mir, wenn wir Grenzen überschreiten, wird es zu einem unabdingbaren Gegenstand meines Lebens. Ich habe selbst einen Schock erlebt, als ich in den Staaten auf Exerzitien war und ich in Einsamkeit acht Tage auf dem Gipfel eines Berges verbracht habe in Smoky Mountains in Tennessee. Und der Priester, der mich begleitet und geführt hat, ein Amerikaner, sagte, wir möchten beginnen, ich werde dir Essen bringen, dort ist die Kapelle, dort ist dein Haus und er sagte zu mir, dein Telefon und dein Tablet bitte. und ich sagte, bitte? Er sagte, dein Telefon und dein Tablet bitte, hier in meiner Hand. Und ich sagte, ich muss doch erreichbar sein, ich habe eine kranke Mutter, muss irgendwie mit ihr in Kontakt sein, also ich weiß nicht, Telefon und Tablet. Und wisst ihr, ich habe ihm das Tablet und das Telefon gegeben, ich hatte aber noch ein zweites Tablet dabei und der alte Fuchs ging in mein Zimmer und hat es mitgenommen, weil er mich damit gesehen hat. Ich sagte, ach Mist, hat nicht geklappt. Und ich sage euch, ich habe den ersten Tag begonnen und ich bin nicht abhängig, doch irgendetwas fehlte mir. Vielleicht hat mir jemand geschrieben, von E-Mails kannst du schweigen, vielleicht ist was passiert. Die ersten drei Tage sage ich euch, das war krass, doch ich habe es durchgehalten und ich habe festgestellt, dass auch ich ohne dem nicht leben kann. Ich hatte jetzt ein wundervolles Sabbatjahr und bin viel unterwegs gewesen und was ich gesehen habe, darüber werde ich im nächsten Vortrag reden, was mit den Smartphones passiert und ich frage jeden von euch, bist du süchtig? Bist du süchtig? Abhängigkeit ist etwas Schreckliches. Man spricht heute von Abhängigkeit bei Alkohol oder Drogen oder Sexproblemen. Das auch, ja. Und es gibt schreckliche Abhängigkeiten auf diesem Gebiet und da rauszukommen ist sehr, sehr schwierig und erfordert viel Mühe und Kraft und vor allem Gnade Gottes. Doch wer spricht heute so wirklich von Internetsucht? Man kann ohne dem nicht leben und ich möchte gar nicht von Computern und Spielen und so weiter sprechen. Ich möchte mit einem Experiment enden, welches man gemacht hat, welches euch zu denken geben sollte. Du solltest dir die Frage stellen, wo du dich befindest, in welchem Stadium der Abhängigkeit bist du. Jede Abhängigkeit. Und wenn wir gläubige Menschen sind, so wissen wir, wer hinter jeder Abhängigkeit steht. Selbstverständlich ist meine Psyche damit verbunden und man muss bei Abhängigkeiten alle Bereiche heilen. Es geht nicht nur um Umsessenheit oder dämonische Abhängigkeit, aber vor allem darum, wer hinter all dem steht und wie ich mich davon abhängig gemacht habe. Man machte ein Experiment an Kindern und fast Erwachsenen zwischen 12 und 18 Jahren. Man bot ihnen an, freiwillig 8 Stunden in Abgeschiedenheit zu verbringen. Jeder sollte diese Zeit mit sich selbst verbringen, ohne die Möglichkeit, Kommunikationsmittel zu verwenden. Das heißt, Smartphones und Internet waren nicht erlaubt. Es war nicht erlaubt, einen Computer einzuschalten, das Fernsehen, das Handy oder das Radio. Sie hatten jedoch Zugang zu klassischen Aufgaben wie Schreiben, Lesen, Brettspiele, Malen, Zeichnen. Sie waren also nicht weggesperrt in vier Wänden, sondern nur von elektronischen Kommunikationsmitteln abgeschnitten. Der Psychologe stellte folgende These auf, dass die heutige Jugend die Unterhaltung im Äußeren sucht, nicht imstande ist, sich mit sich selbst zu befassen. Sie kennen ihre innere Welt nicht. Ja, sie haben sogar Angst vor ihr. Wisst ihr, dass die jungen Leute voller Angst und Furcht sind? Häufig ist es so, je mehr Muskeln und je mehr Geschrei, umso mehr Angst. Die Angst ist unglaublich. Was ist weiterhin passiert? Von 68 Personen, die an diesem Experiment teilnahmen, haben nur drei Personen bis zum Schluss durchgehalten. Ein Mädchen und zwei Jungs. Drei Personen hatten Selbstmordgedanken. Fünf Leute hatten eine Panikattacke. 27 Personen hatten vegetative Angststörungen, Schwindel, übermäßiges Schwitzen, Hitzewallungen, Bauchschmerzen, das Gefühl, dass sich die Haare auf ihrem Kopf bewegen und andere Symptome. Jeder Teilnehmer machte die Erfahrung von Angst und Unruhe. Das Mädchen, welche bis zum Schluss durchgehalten hat, brachte ein Heft mit, indem sie über acht Stunden lang detailliert notierte, wie sie sich fühlte. Während die Psychologin es las, standen ihr die Haare zu Berge. Aus ethischen Gründen sah man davon ab, die Notizen dieser Studie zu veröffentlichen. Was diese Notizen beinhaltete, weiß ich nicht. Doch es wurde veröffentlicht, was die Leute während des Experiments getan haben. Sie spielten Gitarre, zeichneten, wuschen sich, räumten die Wohnung auf, gingen herum. Jeder versuchte einzuschlafen, doch niemand war imstande zu schlafen. Alle hatten obsessiv-kompulsive, das heißt zwanghafte Gedanken. Das ist ein Drama. Und ich weiß, jetzt kann so mancher sagen, dass ich spinne. Dann macht selbst mal so ein Experiment. Das erlaubt euch zu sehen, wo ihr euch selbst befindet. Denn das ist der Anfang, wenn ich in Sucht verfalle. Und die andere Frage ist, wovon ich mich in diesem Internet abhängig mache. Nachfolgend steht geschrieben, nach Beendigung beziehungsweise Unterbrechung der Studie verschwanden alle Ängste und alle anderen Anzeichen ließen nach. 14 Personen lockten sich sofort in den sozialen Medien ein. 20 Personen riefen sofort Freunde an. Drei Personen riefen die Eltern an. Fünf Personen gingen ihre Bekannten besuchen. Die anderen schalteten den Fernseher ein oder fingen an, Computerspiele zu spielen. Fast alle haben nahezu sofort Musik eingeschaltet und setzten Kopfhörer auf. Während der Analyse benutzte 51% der Personen die Formulierung Abhängigkeit. Es sieht danach aus, dass ich ohne dem nicht leben kann. Unentbehrliche Dosis. Abstellsyndrom. Das ist erschreckend. Und ich sage es deshalb, weil es Dinge gibt, die offensichtlich sind. Doch nach der Pause möchte ich noch über die Ebene sprechen, die man so sehr ignoriert. Wir suchen, wer weiß, wo den Teufel und suchen nach den Einfallstoren, durch die er Zugang zu uns hat. Und er kann so nah sein. So agiert er. Durch Betäubung. Und Worte wie, alle machen es so. Du bist in Ordnung. Du schläfst doch nachts durch. Und hast doch keine Schweißausbrüche. Aber leg das Handy doch mal wirklich weg. Und schalte das Internet wirklich ab. Nimm den Alkoholiker, dem Alkoholiker seine Flasche oder dem Raucher seine Zigaretten weg. Und schau, was mit so einem Menschen passiert. Ich habe es mit dem Internet vor einem Monat erlebt und war erschrocken, dass nicht viel gefehlt hat und ich eine Grenze überschritten hätte und ich dann wirklich ohne dem nicht leben könnte. Es ist eine riesige Ebene, die uns bewusst sein muss. Jesus wirkt auch auf dieser Ebene, aber unser Feind wirkt dort ebenso. Und leider verlieren dadurch viele Menschen ihre Geistigkeit, ihr Leben, ihre Sexualität und Reinheit. Nicht durch das Beispiel von Mama und Papa oder der Tante oder des Onkels, sondern durch das, was wir durch das Internet in uns aufnehmen. Nach der Pause werde ich weiter über diese Ebene sprechen, wenn ihr möchtet. Gelobt sei Jesus Christus und Maria. Liebe Zuhörer, ich danke euch, dass ihr zugehört habt, bis zum Ende mitgemacht habt, bis zum Ende zugehört habt. Nur eine kleine Information, es dauert sehr, sehr lange, diese Vorträge zu übersetzen. Deswegen dauert es manchmal, solange bis der zweite Teil kommt. Ich danke euch fürs Zuhören. Gott segne euch und eure Familien. Gelobt sei Jesus Christus und Maria. Euer Michael.